ja hallo liebe angelfreunde ich bin es wieder euer charlie mit einem neuen angelfilm ja wir fahren heute wieder raus mit unserem boot die horny cod raus in die obacht der bucht auf dorsch und vielleicht ein paar andere fische das wollen wir sehen so wünsche ich euch viel vergnügen mit diesem film wünscht uns petri heil dann sehen wir uns später noch mal so So, der Sitz. Ja, dann bitte heil! Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jetzt sind wir da. Jetzt wollen wir mal ein bisschen hier auf Dorsche pilken. Oh, der Axel, der hat jetzt einen Fisch gefangen. Ja, mach mal. Einen Latsch. Ja. Ja. Oh, er ist noch so ein Korn. Nee, nicht mehr. Guck mal. Oh, er hat aber auch Knochen. Lass mich ausschalten. Ja. Ja. Ja, ja, ja. So, Thomas, hier hast du deinen ersten Korn. Schenk ihn dir, weil du ein feiner Kerl bist. Schenk ihn schon. Ach so? Ja. Ja, da geht es. Ja, das geht gut los. Wir haben schon sehr gut Dorsche gefangen. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, da gibt es eine Menge draus zu nehmen. Auch zu filetieren. Gerhard Fertig. Ja, so, da liegt schon wieder einer. Den werden wir gleich abstechen und dann ist er zufrieden. Ja, ein schöner Dorsch. Wenn wir die Chance haben und die Sonne kommt noch ruhig. Ja, das sind noch nicht die Größten, sagt hier der Pfeiselkopf, aber auf jedem Schiff, was schwippt und schwabbelt, ist immer einer, der Blödsinn sabbelt. Richtig, hier, hallo, hier bin ich. So, jetzt verholen wir noch einmal. Ja, Leute, es hat sich jetzt so richtig was getan. Wir haben jetzt nachmittags 20 vor zwei und der Lorenz ist am Braten. Aber es ist gut so. Müssen wir ein bisschen mehr arbeiten. Ja, und der Fischkiste ist auch so gut wie voll, aber da passt noch was rein. Woll! Jawohl! Ja, guck mal, der hat auch gute, würde ich mal sagen, 70, 75 Zentimeter. Ja, gehen wir näher dran, wirkt er größer, aber das ist wirklich so. Also, ein schöner Dorsch, petrige Heulen. Ja, das ist was Feines. Oh, da bläst er. Das ist ein Blaseball, guck dir das an. Yes, 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 yes. Dann händert sich zurück, jetzt zu fahren. Ah, 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 ah. Ja, das geht gut los hier. Ja, das geht gut los hier. So, klein. Klein. Sag mal, Mars hat er. Hat Mars. Ja, klar hat er Mars. Ja, das ist vierst. Dicke. Boah, der hat den richtig inhaliert. So, eben. Ist egal. Oh, da haben wir auch Glück gehabt. Was? Glück gehabt. Ja, hier haben wir noch einen schönen Drill. Thomas, der hat jetzt was dran. Ist Warn am Pumpen. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Ja, sieh mal. Die Fischkiste quillt über. Jetzt gilt es, den Fang an Land zu bringen, noch zu versorgen. Ja, Leute. Wir haben hier das ganze Mut voll Fisch. Es hat sich wirklich gelohnt. Wir zeigen gleich noch, ich zeig euch gleich noch, wie wir die Fische versorgen. Dann könnt ihr mal sehen, was das für Haufen Fische sind. Ich weiß nicht wie viel, aber so 30 Stück, sag ich mal, 30, 40 Stück haben wir. Und alle gute Größen. Ja, da hinten ist der Heimathafen. Und alles von Angler hier vorne. Ja, das ist unsere Beute von heute. Nein, ihr konntet aber nicht genutzt kriegen. Schlecht. Das war auch schöne Frau. Ich hab keinen gezahlt. Ja, 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 ja. Echt, war er gut? Ja, 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 komm mal auf. Aber nicht alle. Er hat irgendwann mal geschickt. Nein, nein, nein. Nein, er hat sich wirklich alle gefangen. Wir waren ja nur die Gäste, ja? Ja, 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 ja. Ja, nach dem Fangen ist immer das Versorgen auch wichtig. Und das wird jetzt hier gemacht. Das ist die Lieber hier. Nein, ich muss hier eben waschen holen. Zählen Sie mal dabei. Ja, es sind jetzt 40 Fische geworden. 40 Dorsche. Und der Butt. Ja, haben wir gutes Petri-Einhaben. Ja, Leute, das war ein guter Angel-Tag. Wir haben 40 Dorsche gefangen und einen Butt. Ja, dann hoffe ich, dass der Film gefallen hat. Und drück unten mal auf den Like-Button. Da hilft er mir auch ein bisschen mit. Und dann sag ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, mal. Untertitelung des ZDF, 2020